Wie berechne ich die Computerabschreibung? Die grundlegende Computerabschreibung, dh wie viel Geld wert ein Computer im Laufe der Zeit verloren hat, kann auf zwei Arten berechnet werden, die lineare Methode und die Methode des abnehmenden Gleichgewichts. Bei der linearen Methode wird davon ausgegangen, dass der Wert des Computers jedes Jahr um denselben Betrag abnimmt, während bei der Methode mit abnehmendem Kontostand der Computer mit zunehmendem Alter an Wert verliert, wenn er neuer ist und an Wert verliert. Jede dieser Methoden kann zur Berechnung des Computerwerts verwendet werden, was normalerweise zu Steuerzwecken erfolgt. Bei der linearen Methode zur Berechnung der Computerabschreibung werden nur zwei Informationen benötigt, der Preis des Computers zum Zeitpunkt des Kaufs und die Anzahl der Jahre seit diesem Zeitpunkt. Nehmen Sie für das erste Jahr den ursprünglichen Kaufpreis und multiplizieren Sie ihn mit 20%. Subtrahieren Sie diese Zahl vom Kaufpreis und die resultierende Zahl gibt an, wie viel der Computer nach einem Jahr Nutzung wert ist. Wenn ein Computer beispielsweise 1,000 US-Dollar, USD, kostet, ist das Multiplizieren mit 20% 200 US-1,000 bis 200 US-Dollar gleich 800 US-Dollar. Der Wert des Computers nach einem Jahr beträgt dann 800 US-Dollar. Für die Berechnung der Folgejahre muss der Prozentsatz des ersten Jahres verwendet werden. Bei Verbindung des Beispiels von 1,000 US-Dollar wird das zweite Jahr berechnet, indem der Wert des Computers nach dem ersten Jahr 800 US-Dollar und weitere 200 US-Dollar abgezogen werden, so dass der Computer nach dem zweiten Jahr 600 US-Dollar wert ist. Das dritte Jahr würde einen Wert von 400 US-Dollar ergeben, das vierte Jahr würde 200 US-Dollar ergeben, und bis zum fünften Jahr hat der Computer vollständig auf einem Wert von 0 abgewertet. Die Methode des abnehmenden Gleichgewichts zur Ermittlung der Computerabschreibung ist etwas komplizierter. Der erste Schritt ist der gleiche, beginnen Sie mit dem ursprünglichen Wert des Computers, multiplizieren Sie diesen dann mit 40%. Für einen 1,000-Dollar-Computer sind dies 400 Dollar. Subtrahieren Sie den Betrag vom ursprünglichen Preis des Computers und geben Sie dem Computer nach dem ersten Jahr einen Wert von 600 US-Dollar. Nehmen Sie für das zweite Jahr den Wert des Vorjahres, in diesem Fall 600 US-Dollar, mal 40%, was 240 US-Dollar entspricht. Subtrahieren Sie 240 US-Dollar von 600 US-Dollar und erhalten Sie nach dem zweiten Jahr einen Wert von 360 US-Dollar. In den USA muss der Anspruchsberechtigte den Computer besitzen, für ein geschäftliches Unterfangen oder eine Tätigkeit, die Einnahmen generiert, verwenden und eine Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr haben, um die Abschreibung des Computers auf Steuern zu fordern. Das Formular 4562 muss verwendet werden, wenn abgeschriebene Artikel in einer Steuererklärung des Bundes angegeben werden. Weitere Informationen zu diesem Verfahren erhalten Sie beim Internal Revenue Service, IAS.